Und da sind wir wieder und Legendenauftrag. Aufspüren böser Geister. Ereignis starten. Hört sich mega episch an, ist jetzt aber... Naja. Geht zur Anlegestelle von Liebe. Okay. Ja, der erste Legendenauftrag. Ich vermute mal so ein oder zwei Parts werden das schon werden. Die sind nicht... Die sind jetzt nicht super kurz. Aber hey, wir erfahren ein bisschen mehr über Charaktere, die wir spielen könnten. Der fehlt mal ein... John Jung ist doch auch ein Großschwert benutzen. Excuse me. Have you perchance seen any evil spirits? Böse Geister? Oh, my apologies. You're not from around here, are you? This question must sound a little confusing to you. I'm John Jung, a local exorcist from Liyue. Those versed in the arts of exorcism refer to all forms of demons and monsters as evil spirits. evil spirits have existed since ancient times. They lurk among the shadows in the lands of Liyue, stirring up all sorts of trouble and mischief. It is my duty to exorcise or destroy them and protect the citizens here from their evil doings. How did you come to know the vigilante Yaksha? How did you come to know the vigilante Yaksha? I have great respect for the Yakshas. For generations, Yakshas and exorcists have been protecting Liyue together. One in plain sight and the other in secret. Sorry, I digress. Judging from your response, it seems you weren't well versed in the realm of evil spirits. But that's understandable. If I may ask, have you happened to come across anything strange recently? Sometimes even the most trivial matters prove helpful in my hunt for evil spirits. Oh, I see. Well, fair enough. In that case, I guess I'll just have to try my luck with the clues I already have. What kind of clues have you already? Only some scattered reports, really. Nothing too significant yet. But if you're interested, I can tell you about some of the more useful ones I've gathered so far. I read a flyer that said, the test of courage is now being held on Wu Wang Hill. Bring your best friend and test your courage together. Then, recently, the sound of footsteps and shouting have been heard outside people's windows at night. The noises have frightened the children and they are unable to sleep. And a huge shadow has appeared in Guili Plains. It flies and swirls, summons down fireballs and makes all sorts of strange noises. Cases such as these might actually be worth our attention. Ruin hunter? Hmm, that would fit the description. But why has no one recognized it? Uh, do you think I'm not deciphering these clues correctly? Exactly. Ah, his theories all sound pretty far away. Maybe I should tell him that. Although his theories all seem far away away, I'd rather say that I'd rather not say that. He comes to me quite hard. Hmm, I think the clue about the test of courage is the most relevant one I have so far. If strange things have been happening at the event, then evil spirits may well be the cause. Ah, but there's an unusual requirement for this event. You must be a team of two people in order to participate. Huh? Strengthen the relationship? Oh, sorry, I don't really get it. Anyway, if you have the time, would you join me for this event? You seem to have a good eye for discerning these clues. With your adventure experience, I'm sure we'll track down those evil spirits in no time. Hmm. 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 Also, das letzte Mal bei einem Event, wo ich schon jung gesehen hab, da war er unterwegs mit, äh, Xingqiu. Das würde... Also, eigentlich bräuchte ich Xingqiu, das würde super passen. Aber naja, gut, ich hab halt nicht hier ein... Xingqiu ist eh nicht so gut. Äh, tut mir leid, die Sache interessiert mich nicht. Gut, ich hab grad ohnehin etwas Zeit. Ja. Ah, danke. Ich hatte angefangen zu bemerken, dass ich keinen Partner finden würde. Wir sollten Haste machen. Wenn es in dem Event gibt, dann könnten Dinge gefährlich werden. Ähm. Wieso musste ich grad direkt an Dark Wind Duck denken? Ähm. Ich weiß, im Deutschen sagt er ZWO, EINS, RISIKO. Aber im Englischen, äh, heißt der Spruch halt, let's get dangerous. Könnte es hier böse Geister geben? Nein. Haha. Ja, wir hauen Dino jetzt zumal schnell weg. Ah. Ja. 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 Eine Rewardung auf der Straße. Ah, der war ja klar. Also Onkel Chia. Oh, certainly be in for a scare if you go alone. Did you hear that? He's warning the event participants. Maybe something strange really did happen here. Let's investigate. Ich glaube, du hast das falsch verstanden. Ich hoffe, dass du Dinge sehen kannst, die meistens aus dem nackten Augen sehen werden. Sehr spannend, oder? Yang-Energie? Das ist richtig. Gäste sind gesagt, dass sie voll von Yin-Energie sind. Also mehr Yang-Energie wird sicherlich sie verletzen. Oh, ich habe nie gehört, ob such ein Drink. Ist das eine secret Recipe? Oder vielleicht ein Kind von Potion? Gleichgewicht in seiner Yin-Yang-Energie. Und seine Yang-Energie ist einfach so riesengroß, dass sämtliche Dämonen im riesigen Umkreis vor ihm fliehen. Der Typ wäre eigentlich so der perfekte Space Marine in Warhammer 40k. Nee, äh, nicht Space Marine, ähm, Sascha, Gray Knight. Der muss nicht mal gegen die Horden der ruinösen Vier kämpfen. Der geht einfach auf den Planeten und der Planet ist befreit. Cut. Ich meine, klar, das wäre dann einfach ein Troll-Charakter, so gesehen. Aber hey, es wird passen. Naja, vielleicht wirkt es sich nur auf die Psyche aus. Ich glaube, du hast die ganze Sache mit der Probe des Mutes falsch verstanden. Ach was, spielen wir mit. Hm, möglicherweise. Aber warum verletzt es sich so viel zu überlegen? Aber wenn dieses Drink wirklich die Yang-Energie beeinflusst, dann ist es für mich vielleicht gefährlich. Gefährlich? Hm, du siehst, ich habe eine sehr rare Konstitution, die sich genannt haben, ein pure Yang-Spirits. Suche Konstitution kann mir, die schweige Spirits wegwerfen. Aber es macht mich auch auf emotionalen Impulsen. Du kommst mir aber ziemlich ausgeglichen vor. Ich bin immer noch auf die Psyche, um mich und mein Körper in einem normalen Zustand zu halten. ...which normalerweise funktioniert, bis ich aus einem External Stress suffer. Komm jetzt, was mit dieser sehr grossen Ex-Presion auf deinem Gesicht, lad? Du bist nicht überrascht, ob du den Drink, bist du? Es ist sehr gut und sehr effektiv, wenn ich so selbst sagen. Es gibt nichts zu überraschen. Oder wenn du noch nicht sicher bist, vielleicht nur einer von dir kann den Drink nehmen. Die Person, der den Drink nimmt, kann die Person, der nicht. Es wird auch sehr spannend, insofern. Hm, es ist schwierig, wenn du es so sagen möchtest. Okay, hier ist es. Bitte trinkt es langsam. Haha, ja, das ist es. Du hast es gut gemacht. Du zwei können jetzt in die Zeit kommen. Ich fühle mich etwas nach dem Drink zu fühlen. Nein, nein, ich werde alles gut machen. Lass uns das Bereich unterscheiden. Zeit für ein Training? Damit wir schon jung auch ein bisschen mehr sehen. Ähm... Hm, ja. Ja, ist egal. Ich will den... Einfach nur jetzt gerade ein bisschen... Aufleveln. Ich benutze diese Materialien für Thaumaturgie während des Exorcismes. Ich wusste nie, dass sie auch nicht benutzen könnten, um einen eigenen Spirit zu purifizieren. Sein Angriff wird geboostet? Interessant. Ähm... Was war noch mal Atem... Äh, genau. Ähm... Ich gebe dir einfach mal das Opfer-Großschwert von Beidou. Und... Zwei-hundert-acht-und-acht-zig-Angriff? Okay. Damit sollte der eigentlich auch ohne... Ähm... Hilfe schon einiges schaffen. So, das ist der Test der Wettbewerb. Es gibt mehr Menschen hier, als ich erwähnt habe. Sie könnten alle in der Gefahr, wenn es wirklich ein Schmerz ist, hier ist. Wir müssen nach dem Boden kommen. Ich bin nicht zufrieden, wo wir beginnen müssen. Aber ich weiß, dass wir etwas finden, als wir schauen können. Diese innozigen Partizisten sind komplett auf die Gefahr hier. Wir müssen sie beschützen. Die Probe des Mutes ist nicht wirklich gefährlich, weißt du? Was? Bitte, enlighten Sie. Ähm... Die Teilnehmer sind nur hier, um Spaß zu haben. Du nimmst diese Veranstaltung zu ernst. Du meinst, zufrieden zu sein, ist wie... zu Entspanzen zu ihnen? Ich verstehe. Hm... Vielleicht bist du richtig. Ich bin sicherlich ein Wettbewerb zu Entspanzen, nachher alles. Ich spiele meistens meine Zeit schützende Spiriten und prächtige Traumaturgie. Außerdem muss ich Training auch muss ich immer auf meine eigenen Emotionen fokussieren, um zu vermeiden, die Kontrolle zu verlieren. Also, ich habe keine Zeit für Leisure-Aktivitäten. Und ich bin komplett nicht mit dem, was die anderen als Entspanzen würden. Oh, verstehe. Hm. Also, insofern. Wir schauen uns die Bereich für irgendwelche schützende Spiriten, in der Fall. Wo müssen wir beginnen? Ich würde sagen... Oh, Brunnen! Weißkohl! Wir müssen den Brunnen zerstören. Gott ist das Bööse. Äh. Kannst du mir bitte sagen, welche Richtung es ging? Wer bist du? Nein, ich habe nichts gesehen, also nicht zu fragen. Also bitte, bleib mich allein. Ich weiß nicht, was du sprachst, und ich sicher nicht mehr zu tun, mit einem schulden Gehirn. Meine Entschuldigung. Vielleicht hast du nicht verstanden, was ich bedeutet. Ich möchte nur wissen, was das Gehirn aussieht, und welche Richtung es ging, so dass wir es nachvollziehen. Wenn du nicht beschreibst, dann zumindest show uns die Richtung es ging. Ich zeige dir die Richtung? Nein, ich bin nicht mehr zu gehen. Nein, nein, wir sind nicht mehr zu gehen. Ich habe nur gefragt, dass du uns zu zeigen. Nein, verletzt es! Alles klar, das ist genug. Hör, wenn du immer sprachst, dann könnte sie eigentlich nicht glauben, in dieser Verrückung. Kannst du sehen, dass sie genug ist? Du kannst auch nachdenken, was du selbst zu suchen. Meine Entschuldigung. Ich wollte nicht Angst, dass sie sie erschreckt. Eieieiei. Das Mädel ist aber auch... Na gut, sie ist verängstigt, ne? Und er ist ein Mystiker, der seine Aufgabe wirklich ernst nimmt. Ja. Ich habe nur versucht, den Verrückung des Verrückung des Verrückung des Verrückung des Verrückung des Verrückung. ohne Er함Intext k transc shrinking. Dank! Das ist sehr viel darum. Ne, habt ihr gehört? Es scheint, dass was Ungewur゚ zu tun ist. Aber warum würden sie noch mal hierher kommen, wenn sie damit dickituationierten sind? Es geht darum, dass man sich angesichts eines Schreckens aufeinander verlassen kann. Ah, das ist fiiiine! Ja, ich sehe dich! Ich sehe dich! Nope, nope, nope! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich glaube, ich habe einen bösen Geist gefunden! Er hat uns in die Wälder getrieben! Naja... ... 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 Oh je... Der... Das meinte er, also er darf seinen Fokus nicht verlieren. Eieiei... Also jetzt... Kommt alle mal... bisschen runter, ja? Beräugt euch bitte alle. Er ist nur eine Person? Es scheint, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nachdem sie so viel zu verhindern, habe ich sicher gedacht, dass ein schweiziger Geist sie verhindert hat. Nein, das ist nicht so. Sie ist nur ein Tantrum. Entschuldigung, ein Tantrum? Das sollte sein ein Date sein, you know? Und jetzt, dass wir endlich hier sind, du willst nicht mehr zu gehen, und du willst einfach nur auf der Entrance. Was ist das? Okay, okay. Ich war gerade mit dir zu gehen. Look, ich bin sorry. Ich bin nur ein bisschen Angst, das ist alles. Das ist warum ich stöhne. Ich war falsch, okay? Okay. Jetzt, dass jemand anderes hier ist, lasst uns einen Moment, um sich aufzuhalten. Oh, ich war nicht klar. Es war pure Impulse. Ich bin sorry. Please, forgive me. Will you give me another chance? Fine. Ich weiß, ich sollte nicht aufzuhalten. Oh. Es ist nicht mehr wichtig. Du bist immer die beste, Babe. Wer sagt, du kannst mich nennen, Babe? Du bist so wunderschön. Oh. So, sie sind wirklich ein Datei? Aber warum in so ein gefährliches Ort wie dieser? Vielleicht sollten wir sie einfach alleine lassen? Ja. Vor allem, weil das ist definitiv keiner. Ähm. Oi. Wann machst du denn hier, du? Boa. Ja, also... Okay, wo ich das hier jetzt gerade so gesehen habe... Ich hätte ihn, glaube ich, schon ganz gern im Team. Hm. Die Frage wäre nur, wen haue ich dafür raus? Klar, am einfachsten wäre es, die Reisende mit Aloy zu ersetzen, aber... Ah, wirklich? Ja, wenn ich Aloy nicht mehr dabei hätte, hätte ich halt keinen Bogencharakter, ne? Hm. Hm. Böse Geister, der Grund, warum der Wu-Wang-Hangel ständig so trübsinnig wirkt? Nein, ich glaube nicht so. Es gab viele Rundfälle über die Grundlage des Wuh-Wang-Hills-Gloomy-Aura, aber nichts ist sicher. Obwohl, als es das schmerzige Ort geworden ist, wurde es auch mehr schmerzige Spiriten zu erzeugen. Insofern, diese Träume führen uns einen Schritt näher zu finden, einen schmerzigen Spiriten. Okay. Geh weiter und suche nach Informationen. Oh, Entschuldigung. 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 Ich fühle mich nicht gut. Ich denke, der Trink, den wir früher hatten, verbringte die Yang-Energie in meinem Körper. Ist das sowas ernstes? Doch wir haben endlich Spuren eines bösen Geistes gefunden. Ich verbringe Kontrolle. Ich schaue, dass ich diejenige, die alle hier in gefährlich sind. Nicht schmerzige Spiriten. Wir sollten besser irgendwo finden, wo zu resten. Entschuldigung, dass ich dich wieder schmerzen habe. Entschuldigung, dass ich dich wieder schmerzen habe. Kein Problem, Bro. Oh. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich fühle mich. Es wird mehr intensiver geworden. Normalerweise kann ich es einfach nur mit einem Popsicle essen. Aber das ist nur unter normalen Umständen. Ich brauche etwas etwas mehr potentes in diesem Fall. Wie Cryo-Slime-Condensate oder Cryo-Whopper-Flower-Nektar zum Beispiel. Ich glaube, damit kann ich diejenige. Ich habe sie während deiner Abenteuer, oder? Aber ich habe Angst, dass sie nicht gut sind. Sie sind nicht genug frisch. Vielleicht sind sie seine typische Ingedienste. Aber sie werden nicht genug potentes, um die Abundanz der Yang-Energie in mir zu suppressen. Sie sind nicht mehr schmerzen. Ich werde hier slähen. Ich sollte diese Arbeit auch vertragen. Wäre ich dafür besser, wenn ich sehr einfach auf dem Falle stören kann, ich schaue an mich beruflich. Okay. Ja, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, Gruß, Zynos-Fan.